Hi Leute, herzlich willkommen zurück bei The Crew mit der Crew und zwar Craps1 Hallo Der Sachsen Let's Player Allusion Und Malte It's me, it's Malte So, das ist Rallye, sagt ihr? Ja Ey, wer ist denn das hier neben uns? Guck mal, das hat der für ne Karte Der ist so langsam, den hab ich ja im ersten Gang überholt Ja, dieselbe Karte wie ich Wir warten auf Maines Achso, Entschuldigung Ach, er möchte doch Er möchte doch mitsparen Ich hab grad mit dem Typen gelabert Perfekt Und was sagt er? Hm, keine Ahnung Da ist die Lamse, keinen Fuggeweiß mehr Weil, auch plus 22, da sollte ich jetzt Gold machen Plus 51, soll vielleicht Platin 50 Plus 52, okay Boah Naja Du bist hier wohl der Erste? Mach schnell, Mann Das ist ziemlich offen Pass auf, hier kann es Cops Schlangen, einfach alles geben Schlangen Schlangen interessieren mich auch Ich will keine Warteschlangen, Alter Da ist ne Schlange Aber stell dir mal vor, die Schlange wickelt sich um den Reifen, fliegt durch den Lüftungsschlitz in das Cockpit Ja Und die Dreck am Hals Schnell Und weist zu und du bist tot Warum stand ich immer als letzter Keine Ahnung Äh, geradeaus links, rechts können wir uns öfter Ich fahr links Ich fahr links Ich fahr rechts 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 Wer ist grad hinter mir? Ah, god shit Nein Kino, dann müssen wir gucken mal, gehst du recht, hast du rechts oder was? Ja, ich fahr rechts Ja, 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 ja Ich fahr links Ja, ich fahr links Dann nehme ich die rechten Oh mein Gott Ich fahr rechts Jetzt musst du nach rechts rüber ziehen Achtung Ich muss nach rechts Ja Ich fahr rechts Nach rechts rüber Du hättest Achso Ne, 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 ne Ja, verstehe Oh, da hätte ich wieder was Da ist eine Rampe Dann krieg ich es gegen Krampelhaus Okay, krieg ich wirklich Oh nein, nein, nein Ich bin runtergeräuscht Das ist doch nicht Die will ich haben Die Punkte da oben Alter, wie viel sind wir? 300 Wie immer Ach ne, 260 Singleplayer bestimmt viermal gemacht, den Scheißer Der ist auch immer nur eine Spur dann, ne Ja Aber schön, die man auch im Singleplayer ist unmöglich alle abzuwollen Ja Ja, alle abzuwollen, das glaube ich, das soll man ja auch nicht Man soll ja halt eben, das haben wir extra mehr aufgestellt, sag ich mal Das auch so Ich fahr links, grab streng genug Ja Ja, sollen, sollen, hab ich ja mit dem einen Bio gemacht Aber ist eigentlich ganz entspannt, wenn du nicht, wenn du, wenn du, wenn jeder halt so eine Spur fährst Ja Boah, Alter, wieso lass ich denn hier alle aus? Ich nehme die mit, ich nehme die mit Ich nehme die mit Ich 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 fahr den Kreis hier nochmal zu Ende, wie Sachsen Ja, ich fahr mal der Weg, über die Brücke, vorne ins Wasser Das kommt eine Kühl, ja lang gemacht Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir sie gar nicht so schlecht in der Zeit sind Ne, sind wir auch überhaupt nicht, aber am Ende sind meistens immer irgendwie Ich finde viele doch einen Haufen Ja, geht, bei mir ist das so Naja Leid zwischen Grenzen Ich habe nicht so gute Sachen, aber warum Was? Ist der zu, oder was? Das war es fast Mann, wollen die mich verarschen hier, das mit den Kisten ist wirklich abfuck, ey, ohne Mist Ja, wir sind saugut in der Zeit Super, jetzt bin ich hier, wo kann ich nicht mehr Die hat's Bin ich auch geschehen Ich wahrscheinlich nicht so viel, weil ich die Reste aufgesammelt habe Bronze Ah, Stufe 49 Bronze bringt mir trotzdem plus 4 Ach, ich glaube ich im nächsten Rennen wäre Stufe 50 Ähm Der hat mich in ein Haus gepackt Das war toll, die ruckleine Sequenz gehabt Die Cops haben einen Naja Oh oh Das sind schlechte Nachrichten für die einen, aber nicht für dich Einer wenig in der Sorge gemacht Ne, aber hier die Cops haben einen Ich bin hier voll drin, Mann Alter Alter, voll drin Ich würde sagen, hier ist das Rennen, Matthias Ah ja Äh, was könnte denn das sein? Mal gucken, ob ihr das habt Guck mal eben, wie die heißen Wumme Wir haben die Rennen Ja, das haben wir Wumme und Ungleichgewicht Wumme und Ungleichgewicht haben wir Wumme und Ungleichgewicht haben wir Ja, an alle Streifen, leck mich Ich mach die Scheiß-Zwischensequenz weg An alle Streifen, leck mich Fahrt mal bitte nicht in mich rein, ich mach hier gerade das Slalom Ich versuch's Ja, ich soll mit dem Pagan hier Gucken, ob ich aber Punkte kriege Weil es lag auf dem Weg Komm, mach ich's auch mal Ja, mach mal ins Lernen Fuck, oh Auch mit dem Rennwagen echt schwimmen und viel zu schnell bist Ja, das soll nicht ganz so viel Gas geben, ne Aber an sich eigentlich nicht so das Problem, weil die Kurvenlage saugut ist Ja, schnell geht Ist eigentlich, es kommt so ein verrückter Feuerwehrwagen von vorne Ja, ja, genau Und diese Laternen nerven so ein bisschen nimmst Wenn du 50 von denen unfairst, kriegst du hier Prämie Plus 14 immerhin Jetzt wüsste mal Da war er weg Und da ist er wieder Ja, genau Ja, Silber gerade noch Ja, hatte ich auch noch Oh Leute, was hab ich geschafft Hoppala Ganz hart in die Eisen gegangen Aber bei mir kannst du bremsen, ne Ganz kürmisch Ganz, ganz kürmisch, Digga Oh, was war mit dem kaputt So, wie viel haben wir eigentlich noch? So, 8 Kilometer Das sieht gut aus Aber hier ist wieder irgendwo in einem Fahrzeugteil Aber das hole ich jetzt nicht Wo das echt nicht dran ist, aber Ich hab jetzt irgendwie keine Lust hier mit dem Ding in der Gegend rum zu hören Ah, der Pagani hat einen Sauen, das ist so heftig So ein Teil würde ich echt gern mal live sehen Mal mitfahren, in der Fall Nur angucken, nicht anfassen Nur mal antätscheln Mal einen Arschtatschen Oh, hier kann man den Sommer ja machen auf unserem Nacko Ja, okay Machen wir hier gleich mal die Tore noch Oh, dafür liegt sich schnell Oh, dafür liegt sich mal Mako und mal mit dem Dingswickeln Danke, das war's mit den Toren Das war unter typisch Tacko und nicht gebremst Wer war denn Tacko? Ja, ja Da wär's sonst Ich sag, mach mal die Tore noch Und dann geht's noch noch Volli hinten rein Nein! Ja, du standest Komm, fahr schneller, ich mach Tore auch Ich fahr Tore Ja, ich auch Aber ich muss hier bremsen wegen dir Was? Ihr würd mich doch verarschen Hallo, oder? Ist wirklich so, als wenn du stehen würdest Für mich Wirklich Na, ohne Scheiß Jetzt wärst du voll und wo reingekrackt und grad so wieder am beschleunigen Da bist du ja meistens Ghost Ah, genau in der Kurve kommt wieder so ein Schwachmat Ich bin ja mal gespannt, ob in den USA überhaupt wirklich so viele Tiere über die Straßen laufen Also, sieht man doch schon öfters, oder? Also hier, bei der Kurve hinfall Was kommt denn nach vorne von dem Dings? Frenzding Ja, das geht Ja, mit dem Rennwagen auch geht's Achso, hier ist ja mit dem Rennwagen ist ja hier gar nichts Ah ja, wir fahren hier Schotter Naja Ich mach' ich grad' dieses Beutet Das kann ich vergessen Naja, logisch kannst du das vergessen Alter 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 Ich versteck mich einfach in einem Baum Sag mal, wieso schickt der uns Querfeld ein? Ich vermute, dass Randy auf dem Dings gewechselt hat, oder? Nee, nee, ich bin auf dem Dings Auf, ähm, Performance Ja, genau Oh, fuck Vielleicht, weil's da keinen großen Unterschied macht, ob du jetzt irgendwo das Gras fährst oder auf dem Schotterweg Macht wirklich keinen Unterschied, wieso werde ich jetzt verdammt nochmal gesucht? Ich stand und war in der Garage, ihr Affenköpfe, ey Oh, fuck Du kannst die App jetzt nicht mehr benutzen Ich werde auch gesucht, scheiße Ich hab' keine Ahnung, warum Wumme Schwer Ja, Alter, dann nimmt mich doch einfach fest und fahrt mich nicht immer um, ihr Affenköpfe Achso, nee, warte mal, das ist ja Das ist ja hier links, oder? Ja Kann ich, äh, soll ich die Mission starten? Ja 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 Achso, wie viel Zeit haben wir noch? Ich weiß schon Ah, okay Ach, nee, war ja neuer Parten Boah, sind die Böse so dämlich Wir sind aber weiter gleich wie bei dem letzten Mal gefahren, das ist ein Sackwildes Zeitgefühl Ah, okay Ist nämlich wieder bei ungefähr 13 gefahren Oh Plus 30, alter Schwede, ey Plus 63, wenn man Platin werden soll, doch Ja, wir kriegen eh nur Bronze, warum auch immer Aber Bronze plus 16, das geht auch Sicher Dann los mit dir zur Location Da wird er nicht lange warten Jawohl, ja Wo ist denn den Typ aufgetrieben? Ist legal, versprochen Der Bedienbar hat sich immer anderen? Nö Das war so schlecht Aber dich runtergerammt? Ja, ich glaub du hast, wenn die runtergerammt Ja, wie sie alle hier knappen Ja, ja, genau Am abkürzen Gar nicht Ja, wenn der Checkpoint auch erst unten ist Ich kann mich also nicht überzeugen, dass es bescheuert ist, Schiff zu töten Nein Im Ernst Schiff hat mir alles genommen Was ist mit uns? Deine Crew Was meinst du? Sind wir nicht sowas wie deine Familie? Was? Hallo? Hallo? Gut, unser Teamsweek wird grad wieder getastet, oder? Gut, dann bin ich jetzt erstmal hier ein Das ist ja, wenn sich das alles überschlägt, so auf deutsch übersetzt Na ja, das sind wir halt mal allein unterhalter, ich wüsste noch wie viele Checkpointe, ach sieben Kilometer haben wir jetzt hier noch Na ja, TeamSpiel kommt leider gotteso genug wieder zu schnell Ei 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 e Wichser Können wir mal irgendeine Schleiber der Mission zurücksetzen. Da muss sich das Auto nicht so viel Zeit lassen um wieder hoch zu kommen. Ja, das war alles kein Problem. Oh, Martino, ja, ja, dein Nitro, jetzt ziehst du doch hier keinen weg. Ja, jetzt hängt er fest oder was? Werd ich jetzt abfeiern. Ja, er hängt fest. Ja, es ist immer, es ist zwar Geländewagen, aber kein Bergsteigfahrzeug. Ach, komm mal, drei Kilometer noch. Ich will was hier fürs Driften tun. Ich frage mich, wo die runterkommen wollen. Du kannst ja wenigstens noch mit Nitro und Bilder ausgleichen, aber... Ich will gerade mal so 100 Meter gut machen, aber... Jetzt haben wir jetzt noch 2,2 Kilometer. Wie gesagt, dass jetzt hier der Teamspeak ausgefallen ist... Alles klar. Dass jetzt hier der Teamspeak ausgefallen ist, ist natürlich wieder relativ scheiße. Als Alleinunterhalter muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich in Rennspielen gar nicht gut. Weil ich mich dann doch lieber hier aufs Fahren konzentriere. Und die anderen quatschen da halt so und werden dann halt immer letzter. Das ist dann halt der Nachteil. Dafür wäre ich halt erster, kommentiere halt weniger. Aber ich denke mal, euch geht es ja hier auch mehr, dass man hier auch was schafft. Natürlich ist immer die Kunst daran kommentieren und, ne, aber... Ach, shit, Ems. Dafür haben wir ja die anderen drei da. Und da haben wir es jetzt auch schon geschafft hier. Da gucken wir uns mal schnell die Zwischensequenz an. Erstmal schlittern wir hier ins Ziel rein. Alter. Fett wie Sau, ja. Aber geschmeidig wie ne Baumnatter. So, Manus als Dritter. Ach doch, hat er es trotzdem mal hingekriegt. Äh, biep, äh, biep. Und Tekko als Vierter. Sehr schön. Na ja, gucken wir uns doch schnell die Zwischensequenz an. Und dann ist auch schon Feierabend für diesen Part. Platz 2 erreicht. Das ist natürlich auch noch Bronze. Ganz klassisch. Ah, Krabs hat Silver gekriegt. Obwohl das auch schön lächerlich ist. Ah, die haben sich alle zurücksetzen lassen. Alles klar. Gut, dann gucken wir uns noch die Zwischensequenz an. Und dann ist auch schon wieder Schluss für den Part für heute hier. Warten auf anderen Spieler oder gehören zu Freienfahrt. Da ist sie. Vince sagt, du weißt, wie man damit umgeht. Sicher, danke. Hast du sie? Ja, danke für die Hilfe, Vince. Kein Problem. Wir werden gefeiert. Du sagst mit Terra, okay? Hallo Slowman Freunde. Dann würde ich sagen, sind wir für den Part fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis dann. Haut am Rennen. Ciao.